Gibt es verbotene Zeiten, den Friedhof zu besuchen? Es haben sich leider im Laufe der Zeit Bidda, eingeschlichen Neuerungen, die so weit gegangen sind, dass sie jetzt schon hunderte von Jahren praktiziert werden. Wie zum Beispiel, dass Leute zu bestimmten Zeiten die Friedhöfe besuchen, zum Beispiel an Tagen von Eid, subhanallah, an Tagen von Eid, ja an Tagen von Eid. Eid ist unser Feiertag, ist unser Festtag. An dem Tag wollen wir fröhlich sein, Gutes tun. Was passiert bei manchen? Sie haben diese Tage bestimmt, damit sie wohin gehen. Zum Friedhof, genau entgegen der Sunna. Und das darf man nicht.